Heidewetter, Hermann. Haben Sie mir eine schöne Haie? Ja, ja. Da muss man nicht verreisen, wenn man sie so schön hat. Warum sollten wir auch? Du, die Menschen wissen ja in Österreich überhaupt, wie schön sie da bei uns ist. Hermann, also, ich würde gleich Urlaub bei uns machen. Ja, wir sind gerecht. Auf dich wartet ein guter Sommer im Montafon.